Was sind die verschiedenen Arten von Home-Drug-Test-Kits? Es gibt vier grundlegende Arten von Heimazneimitteltests. Die verschiedenen Kits testen Urin, Speichel, Haarfollikel oder Schweiß auf das Vorhandensein von Drogen. Diese Kits können online oder in den meisten Drogerien, Convenience-Stores oder Lebensmittelgeschäften erworben werden. Urin-Drogen-Test-Kits für den Heimgebrauch werden von vielen favorisiert, weil sie genau, einfach zu bedienen und kostengünstig sind und relativ schnell Ergebnisse liefern. Diese Arten von Tests können zu einem bestimmten Zeitpunkt etwa 10 verschiedene Medikamente im System einer Person erkennen. Der Nachteil von Urin-Drogen-Test-Kits besteht darin, dass sie leicht kontaminiert werden können und ihre Fähigkeit, das Vorhandensein von Medikamenten festzustellen, mit der Zeit nachlässt. Eine andere Art von Drogen-Test-Kit für Zuhause verwendet Speichel. Diese Tests werden manchmal als orale Drogen-Tests bezeichnet. Speichel-Test-Kits sind gut im Nachweis von Drogenkonsum, der in jüngster Zeit aufgetreten ist, im Allgemeinen innerhalb von ein bis zwei Tagen. Viele Menschen mögen sie auch, weil sie genau wie Urin-Tests einfach zu bedienen, kostengünstig und genau sind und fast sofort Ergebnisse liefern? Es ist auch schwieriger für jemanden, den Test zu manipulieren, da er direkt von einer anderen Person, zb einem Elternteil, gegeben werden kann. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Test-Kits für den Speichelhaus-Drogen-Test nur für die Erkennung des jüngsten Drogenkonsums geeignet sind und den Verbrauch nicht feststellen, der mehr als zwei oder drei Tage vor dem Test aufgetreten ist. Der Haar-Follikel-Test ist eine weitere Möglichkeit, eine Person auf Drogenkonsum zu testen. Diese Art von Tests ist im Allgemeinen teurer als die von Urin und Speichel, aber sie ist sehr genau und viel schwieriger zu manipulieren. Nachdem die Haarprobe entnommen wurde, wird sie zum Testen in ein Labor geschickt. Der Drogenkonsum, der mindestens 90 Tage vor dem Test aufgetreten ist, kann mithilfe von Haar-Follikel-Tests nachgewiesen werden. Diese Art von Tests muss an ein Labor geschickt werden, sodass die Ergebnisse nicht sofort ablaufen. Obwohl nicht annähernd so häufig wie die oben genannten Drogentests zu Hause, ist der Schweißtest eine andere Art von Drogentest. Ein spezielles Pflaster wird auf die Haut einer Person geklebt und sammelt die erforderlichen Daten über einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen. Der Patch verfügt über Maßnahmen, um zu verhindern, dass er ohne Wissen des Testers entfernt untersetzt wird. Nachdem der Patch entfernt wurde, wird er an ein Labor gesendet, das die Ergebnisse verarbeitet. Diese Art von Test wird von einigen Leuten als unzuverlässig und sehr aufdringlich angesehen.